Musik Salü, bienvenue mis ami. Hier mal eine kurze Mitteilung an alle Cineasten und Filmeliebhaber. Ganz besonders an jene, die Spielfilme vom Filmverleih Kochfilms schätzen und mögen. Kochfilms hat sich nämlich umbenannt, und zwar in Play-on-Pictures. Also ich finde das hier ziemlich schick. Klingt dynamischer, frischer und vor allen Dingen internationaler. Obwohl das neue Logo ja doch schon irgendwie ein wenig entfernt an eine gewisse Spielekonsole erinnert. Jo, aber sieht schon echt cool aus. Cooles Filmwett wünscht Play-on-Pictures auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Glück unter diesem neuen Namen und freut sich schon jetzt auf neue Veröffentlichungen, die ich euch natürlich dann auch wieder vorstellen werde. Also denkt daran, wenn ihr ab sofort auf DVDs, Blu-rays oder auf Streamingportalen den Namen Play-on-Pictures lest, so ist das die altbewährte Super-Kochfilms. Bis dahin habt alle noch einen wunderschönen Tag. Salü, bienvenue mis ami. Eure Kulle Eure Kulle